Mainz Ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wo sind wir denn hier? Um Gottes Willen. Rocky. Hey, wie geht's dir? Ich will nur wissen, wie du dich entscheidest. Willst du etwa über dich erfahren oder hast du Angst, etwas herauszufinden? Egal, wenn du hier bleibst, dann kannst du dich gleich nur deswegen immer unruhigen. Selbst, falls du wieder durchdrehst. Wenn du Sephiroth siehst, wenn's passiert, passiert's. Jetzt hat er die Übersetzung. Ich geh in deinen stachligen weißen Kopf und sorg dafür, dass du wieder normal wirst. Rocky, alles wird gut gehen. Wir sind alle bei dir. Aber... Falls es passiert, passiert's. Mach dir keine Sorgen. Genau, Rocky. Jetzt kommen wir schon hin. Du hast einen guten Psychologen. Du hast recht. Er hat recht, oder? Kommt, gehen wir. Um Eris zu finden. Gehen wir auf die Suche. Hier war dieser komische Reaktor, wo ich mit dem... War das Stinky oder Belfast? Ich glaub, es war Stinky. Als wir hier waren. Hier haben sie Titan gefunden, oder? In dem Reaktor. Das könnte gut sein, ja. Dies ist Gonggogon Village. Hier starben viele Leute in einer Makro-Reaktor-Explosion. Danke für die, äh, Information, Opus. Das hat mich wirklich brennend interessiert. Und wir gehen mal weiter suchen. Und wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Hier waren wir ja schon mal. Haben wahrscheinlich schon so ziemlich fast alles geöffnet, was wir öffnen konnten. Vielleicht hat er ja nützliche Sachen. Zubehör kaufen. Dann kaufen wir doch mal. Wer kann dir eine Geschichte erzählen? Hast du gesehen? Ja. Ja, lustig. Gift, Moral, Antifrosch, Verursacht, Hochsucht. Oh, guck mal. Verwandeln hatten wir schon mal. Zeit. Ich bin mir nie sicher, was die können. Mystifizieren habe ich schon. Zeit. Was kann denn Zeit? Sieht man hier irgendwie? Nö, sieht man auch nicht. Kannst du mir das mal sagen? Oder soll ich das wieder ausprobieren? Ja, es gibt von Zeit, kann ich mir vorstellen, gibt es sowohl den Zauber Stopp, wo ein Gegner aufhört sich zu bewegen und gar nicht mehr angreifen kann oder so. Da kann ich mich dran erinnern. So was gibt es. Also den einfach an sich, den Zauber Stopp. Und dann gibt es doch sicherlich auch noch einen Zauber, wo der Gegner verlangsamen wird, oder? Alles, was halt so mit Zeit zu tun hat. Das könnte natürlich sein. Ich habe einfach mal jetzt eine gekauft. Wir haben ja noch Platz bei... Oh, nee, das wollte ich nicht. Genug Cola ist doch auch bei 50.000 Gil. Substanzen? Ach, nee, wir haben... Es ist Substance. Oh, sie hat aber... Oh Gott, hat sie wenig. Alter, die hatte ja noch die Standardausrüstung. Hast du für die noch gar nichts gefunden? Na, aber Zeit wird's. Äh, machen wir mal Antifeuer. Oh. Was ist das denn? Na, der Arbeitshandschuh hat zwar viel Schaden und so, also macht das Hoch, hat aber nichts zum Koppeln. Ja gut, dafür haben wir hier sechs so viel... Ach doch, warte mal, wir haben ja sau viel... Shit. Gibt's hier vielleicht irgendwen der Waffen verkauft? Gut, was hatten wir denn auf... Äh, den anderen... Ja, Aerys hatte die ganzen Aufrufe. Alle hatte die auf jeden Fall mal und Feuer. So, was brauchen wir denn hier noch? Mystifizieren, heilen. Heilen hatte Barret. Machen wir hier mal noch heilen. Und dann müssen wir noch irgendwo alle haben. Oder vielleicht auch einfach nicht. Rocky. Sid. Ah, Sid hatte auch noch was. Stimmt. Dann hauen wir den auch noch mal raus hier. Gut. Dann haben wir hier heilen und... alle. Und dann machen wir noch so was dabei. Wo ist deine Zeitsubstanz? Kannst du gleich mal gucken, was da für Zauberball raus springen? Ah ne, heilen war ja falsch. Das war ja wieder herstellen, was ich brauch. Ja, aber heilen ist auch wichtig, weil ich glaube, heilen ist doch... Dieses Poi, so, was auch immer. Genau. Poi-Suna ist Vergiftungsheilung, glaube ich. Dann gibt's noch Esuna. Kannst du da noch lernen? Mann, das heilt jeweils irgendwelche Zustände. Wo ist denn hier Zeit? Zeit, Zeit, Zeit... Ah, da. Zeit, Moment. Schnell, langsam und Stopp. Siehste, schnell ist gut für deine Charaktere. Weil die dann so einen Hast-Modus haben, wo sie schneller wieder dran sind. Wo der Weibenschneller langsam ist auf dem Gegner, dass er langsamer ist. Und Stopp ist Stopp. Und Stopp ist Halt. Halt, Stopp. Ja gut, das hier macht mir, glaube ich, dann doch viel zu wenig Damage. Na, schau doch mal, ob du einen Waffenhändler findest. Hier war auf jeden Fall mal Kena. So, dann gucken wir mal da. Da drüben. Da drüben im Geschäft. Ein Objekt gerufen. Gerufen. Drank. Drank, holen wir uns nochmal 5. Hi, Trank, holen wir uns nochmal 11. Jetzt bist du langsam in Bereichen, wo ein Trank nicht mehr unbedingt so viel Sinn macht. Weil der einfach viel zu wenig heilt. Ja. Kannst dich jetzt auf Hi, Trank konzentrieren. Oh, nee, der hatte auch nichts. Gut. Schade. Schade. Noch ist noch ein Haus übrig, oder? Ja, eins ist noch da. Letzte Chance. Das sieht aber immer noch nicht so toll aus. Was tun sollt, hat mal jemanden namens. Zack, kennengelernt. Hier haben wir bestimmt die größte Chance. Alter, du hast überhaupt keine Ahnung, was das für eine krasse, tiefe Äußerung war, die der jetzt gelassen hat. Das war der Schüssel, den der dich jetzt gebracht hat. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran, dass der einen das fragt. Holy shit. Who the fuck is Zack? Oder Zack. Zack. Es ist unglaublich, dass er in zehn Jahren nichts von sich hat hören lassen. Wie krass. Schließlich sind wir seine Eltern. Wer ist denn Titz? Sagen wir mal so. Lernen wir den in diesem Spiel kennen. Bestimmt, wahr? So, also hier ist kein Waffenhändler, ne? Ja. Schön davon abgelenkt. Super. So, der kaputte Tempel des alten Volkes. Siehst du, wo es blinkt? Da oben ist grün. Und da ist, dort wo es grün ist, steht mein Buggy. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Jetzt habe ich nicht mehr so genau aufgepasst. Da, wo Eris ist. Und Eris ist? Schlafenden Wald. Im Schlaf... Okay, dann weiß ich, wo es hingeht. Du kannst ja aber natürlich auch erst mal hier in irgendeine neue Stadt fahren und gucken, ob du in einem Waffenladen bescheide Waffen für deine Leute findest. Toll, hier sind wir... Jo, können wir natürlich auch mal probieren, aber hier ist irgendwie alles zu. Oder kommt man hier irgendwie noch weg? Na, hier ist doch ein Strand. Guck, da ist doch schon hier. Siehst du da? Das Hose. Was ist das? Würde ich mir mal angucken, wenn ich du wäre. Wenn du ich wärst. Die Waffen, die du hier siehst, habe ich alle selbst gemacht. Aber in letzter Zeit konnte ich keine Materialien mehr bekommen. Ja, das heißt, es gibt keine Waffen, oder wat? Hier hängt doch alles voll hier. Jetzt gib mir doch mal wat. Ach, du Schnösel. Ein Schnösel. Toll. Na, dann macht das wohl alles keinen Sinn. Dann geh mal wieder raus und missachte dieses Haus und kehre nie wieder hierhin zurück. Also sollte ich später wieder hierhin zurückkehren. So, dann gehen wir mal da auf Land. Jetzt geh, steig, jetzt aus. Danke. Nein, da geh ich nicht doch mal rein. Jetzt hier oben vielleicht auch noch irgendwo ein Strand. Ich weiß, dass man aus dieser Insel nie wieder raus... Seit wann kann ich hier drüber? Kannst du schon immer. Ich konnte noch nie über dunkles Wasser fahren. Da übrigens, wo du jetzt nicht hochfahren konntest, ist auch eine ganz spezielle Stelle vom Spiel. Da kriegst du unter anderem, wenn ich mich jetzt nicht irre, das letzte Limit von Vincent später mal. Aber das ist alles ewig überdeckt. Da kannst du halt jetzt noch nicht hin. Da brauchst du erst... Sag ich dir nicht, was du da erst brauchst. So. Gucke, da ist Nibelheim. Da gibt es auch keinen Waffeln... Keinen Waffelnladen. Keinen Waffelhändler? Keinen Waffelnladen. Gut, wenn du das sagst, dann muss das ja so sein. Hupsala. Go to the sleeping forest. Go to the mall. The sleeping forest. Siehst du, da hinter dem Wasserfall war nämlich wie so eine Art Höhle. Und das heißt, da oben gab es doch einen Waffenladen, oder? In Nibelheim? Nee. Nee, nicht in Nibelheim, in diesem sleeping forest. Äh, nee, ich glaube nicht. Machen fertig, machen fertig einfach. Ach, ich will eigentlich kein Limit für den benutzen. Ach, halt. In der nächsten Zeit kommt kein Bus. Das sagte er und da war er tot. In der nächsten Zeit kommt kein Bus. Be, 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 be. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Ich habe nämlich keine Substanzen auf Barret. Das ist richtig schlecht. Warum fällt dir sowas erst auf, wenn es zu spät ist? Es war nicht zu spät. Barret, gibst du auf jeden Fall mal die ganzen Aufrufe, genau. Äh, war hier nicht noch irgendwo... Titan Chocomok! Ja, aber war hier nicht noch irgendwo, oder hat das irgendwer anderes... Oder habe ich das nicht ausgerüstet? Wo denn? Nö. Hä? Das von... Tifa vorhin... Äh, von Eris vorhin. Ja, schlaf du nur. Ist mir... Ist mir egal. Nee, Mann. Nee, Mann. Mach ich echt nicht. Mach ich echt nicht. So bin ich nicht drauf. Ist mir egal. So bin ich nicht drauf. Ist mir egal. Bist du dir sicher, dass du da gerade gekoppelt hast in den Angriff? Jetzt greift der permanent mit Feuerelement an. Auch bei physischen Angriffen. Oh, das war Element, Leute. Moment. Genau, geh erstmal raus, aber Substanz im Minus ans Kampf ist. Oh, oh mein Gott, speichern, beenden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schock. Gegenangriff. Machen wir das mal noch rein und machen dann mal noch Erkennen rein und dann mal noch ein bisschen Heilen rein und dann mal noch ein bisschen Eis rein und dann mal noch ein bisschen Eis rein und dann mal noch ein bisschen Zerstörung. Zerstörung. Schutz rein. Gut. Fertig. Weiter geht's. Er ist zufrieden. So. Fahr los. Kannst du auch mal deine Karte groß machen, um dich vielleicht ein bisschen zu orientieren. Oh, nee. Gleich mal wieder. Ach, toll. Können wir jetzt eigentlich hier so? Nee, siehst du, hier können wir noch nicht raus. Let's go to the mall. Ich weiß nicht, was ich an diesem Satz hab. Wieso? Ich verfrage mich, ob du wieder draufkommst. To be honest. Honest? Was strengt dich so an? Wieso musst du solche Geräusche verursachen? Diese, äh, diese, dieses Spiel, das verlangt alles von mir. Ah ja. Das verstehst du nicht, weil du einfach, du, du kannst sowas einfach, weißt du, und ich halt nicht. Okay. Wie fühlt sich das an, wenn man sowas halt nicht kann? Tut das weh? Ist das ansteckend? Ist das... Nee, das ist teilweise sehr niederschlagend. Aber dann, äh, kommt meistens meine Mama und schlägt mich wieder hoch, also... Ach, deine Mama kommt da noch. Die hilft mir dabei. Ja, das ist natürlich auch was. Oh, Schnee. Hm. Warum? Jedes Mal. Egal, wer mit mir aufnimmt. Und ich fahre hier hoch. Oh, guck mal, Schnee. Hm. Ha, echt jetzt? Ja. So, geil. Wir verstehen uns alle. Ja, hatten wir, glaub ich, schon. Was willst du? Wo ist die Stadt des alten Volkes? Weißt du, wo ist die Stadt des alten Volkes? Die Stadt des alten Volkes. Oh, du meinst wahrscheinlich die vergessen Stadt. Ach, watt. Ja. Der ist ja cool drauf. Noch deutlicher kann er dir nicht zu verstehen geben, dass er dir nicht antworten wird. Brich du von dem Mädchen? Ich habe sie gewarnt, aber sie ist trotzdem in den schlafenden Wald gegangen. Gut. Du, mach das jetzt. Die Mondhafe ist irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben? Graben. Du suchst nicht nur nach der Mondhafe, wonach graben wir sonst noch? Mondhafe. Okay, dann muss ich dir ein paar von meinen Leuten geben. Zeig uns, wo wir graben sollen. Oh. Kurze drücke die vier Interste. Das ist ein Minigame, ja. Um deine Belegschaft in Position zu bringen. Ja, komm, einmal, komm. Siehst du, du kannst jetzt immer halt, immer da, wo du stehst, kannst du Leute anordnen, wo sie graben sollen. Und das Ding ist jetzt folgendes. Irgendwann am Ende vom Graben, äh, ich glaube, wenn du dann die graben lässt quasi, wenn du auch fertig gehst dann, lass dir, genau, stell mal ein paar Leute überall auf, dann gucken die alle in eine bestimmte Richtung. Und da, wo sich alle Blicke überkreuzen, da musst du jemanden wieder graben lassen bei deinem nächsten Versuch. Nicht nur hier unten, nicht auf engem Raum, du kannst auch die Leiter hochklettern, du kannst die da oben, du kannst die überall graben lassen. So, da kann ich ja auch aufsetzen. Ja, überall. Nicht so eng beieinander, verteil die ruhig richtig gut. Das ist kostenlos unnötig Geld. Und da, wo die dann, wo sich alle Blicke von denen kreuzen, da musst du dich dann umgucken, äh, da musst du graben und da findest du Sachen. Und diese Mondtafel wird dann auch noch, äh, ne, ich glaube, ist es die Mondtafel? Ne, ich glaube, du musst später hier mal nach was anderem Wichtigen graben und da musst du dieses System dann benutzen. So, dann stellen wir noch hier einen hin und dann hat sich die... Jedes Belegschaftsmitglied wird die Erschütterungen messen und sich dann in Richtung des verborgenen Objektes ausstellen. Dort, wo sich die Sichtlinien der Mitglieder überschneiden, befindet sich die Ausgrabstelle. Siehst du? Will ich die Ausgrabstelle aus, indem du zum Punkt gehst, und die Fähigtaste drückst, denn die Leute werden dann nach dem versteckten Objekt graben. Siehst du, guck, wo die alle hingucken. Die zwei gucken, ja, eigentlich das Schwarz hier, ja. Da überschneiden sie. Jetzt ist es ungefähr... Ja, die müssten jetzt eigentlich alle nach Richtung oben gucken. Nein, was? Hä? Du hast Vier-Eck gedrückt. Ne, eigentlich gar nicht. Doch. Aber egal. Na, das war ja wohl ein Griff ins Klo, wa? Können wir was rausholen? Ja, aus der Kiste ist es. Ja. Nochmal. Na ja. Der Mondhafe ist hier irgendwo hier vergraben. Wenn du willst, können wir für sich nicht ausgraben. Du suchst nicht nur nach dem Mondhafe, wonach graben wir sonst noch. Okay, da muss ich dir ein paar von meinen Leuten geben. Zeig uns, wo wir graben sollen. Ja. Ja. Please press the square button to bring all the Belegschaft in the position you desire. Ja, hat das in so gutem Englisch, hat das dann da gestanden? Ja. So krass gut. Können die nicht mal ein bisschen schneller machen, bitte? Ne, man, dude. Ne, man. Du musst die ein bisschen zusammenreißen auch. Go, go! Der Part ist eigentlich schon wieder vorbei. Go, go, go! Auf und davon! Na, das Ding graben wir jetzt schon noch gemeinsam aus. Gemeinsam. Die Musik ist irgendwie stilvoll. Ich hab gerade immer noch die übelste Epic Music im Hintergrund. Die passt überhaupt nicht. Drücke vierg, um die Bombe für die Suche zu senden. Ja, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Nichts überstürzen. Da gucken welche nach. Oh, siehst du, die gucken eher nach links oben. Die gucken auch da hoch. Na, da ist auch in dieser Zeltmulde drin links, ne? Ist. Ja, ungefähr da. Ich drück jetzt gar nichts extra. Hier so, ne? Ja, so in dem Dreh. Da, genau da. Ne, nichts ist, zu weit oben schon. Und die hat nicht gesagt, die links neben mir, die guckt ja eher so ein bisschen. Dann müssen wir da nach oben. Naja, okay. Versuch's mal. Das wird schön klappen. Bitte, bitte, bitte. Spannung. Bitte. Egal. Gut, wir gucken mal, was er uns denn so anzubieten hat. Vielleicht hat er ja Weapons für uns. Nee, natürlich nicht. Oh mein Gott, wenn dieses Spiel raus ist. Gut, dann haben wir wohl keine Waffe und ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt F1 drücke zum Speichern und dann sage ich, ich bedanke mich vielmals bei allen Zuschauerchens, dass die auch heute wieder dabei waren. Und genauso bedanke ich mich auch beim Coalp100. Kein Ding. Das sagst du gerne, oder? Ja. Für diese wundervollen Aufnähmchens. Aufnähmchens. Auch ein sehr schönes Wort. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part morgen um 18 Uhr wieder. Wenn's wieder heißt, let's play Final Fantasy VII. Ich bin die Rockkartoffel, bin jetzt hier raus und auf Wiedersehen. Tschüss. Schleimer.